Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute fühle ich wieder Call of Duty Mobile. Ich hoffe wenn der Halloween Modus kommt und das dann in Kürze kommt, dann wisst ihr was ich mache. Neue Handwerker. Neue Waffe. Da ist es. Oh Mann, der Baby Strike. Ja, was spielst du? Ich Call of Duty. Ich habe nur neue Waffen. Naja, die kenn ich. Guck mal. Nein, die hier. Weißt was das heißt? Was? Das Don't be Starter. Ich hab die jetzt. Gekauft oder bekommen? Nein, bekommen aus der Truhe. Aus der Truhe. Aus der Truhe. Junge, dann bekommst du mal einen Schuss. Ich bekommst du schein Credits. Ich krieg auch mal Credits. Aber ich krieg auch wenigstens Laufen. Ich hab so lange noch verarscht bekommen. Noch nie. Noch nie. Nice. Ich hab mir so voll verarscht. Ne. Was? Sprouse, what the fucker. Und dann sehen wir uns gleich im Ding. Ey, wieso das dauert euch immer auf... Al... Hör auf jetzt auf die Traverse zu denken. Hallo. Ich sing grad und du... Traverse. Ich weiß. Oh, aber ich bin die... Äh... Äh... Die Map hat sich komplett verändert. Ich war in Halloween Edition. Stirb, motherfucker. Surprise, motherfucker. Boah, jetzt fangen die aber richtig grad an abzuräumen. Ha! Loll. Ach, dich! Jo! Was ist mit mir heute los? Ich bin hier richtiger. Molok. Okay. Jajaja, jetzt hör auf. Isak, hör auf! Ich sag, hör auf! Ja, ja, ja. Ich. 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 Was für eine Rakete? Ich schieße mal den Kürbis ab. Ich schieße mal den Kürbis ab. Ich schieße mal den Kürbis ab. Ich will mal was passieren. Macht ihr was? Ist das Waffenspiel? Ja. Schieße mal den Kürbis ab. Geht nicht. Warum nicht? Weil es nicht geht. Schieße einfach mal. Auf den Kürbis. Auf den Kürbis. Ich schieße mal auf einen Kürbis. Das geht nicht. Doch da geht es. Geht nicht. Geht nicht. Ok gut. Geht nicht. Die Dekoration du. Backabitze. Da ist er jetzt. Bleib dich zu. Aber nur komm du hast deine Kürbis abgeschmissen. So was tut man nicht. Ich bin nicht Wladimir Putti. Ach Gute Wach. Ja komm ey 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 komm down please. Komm down. Sprite, Motherfucker! Ha! Sprite! Sprite, Motherfucker! Oh! Da werde ich von hinten immer attackiert! Alter, hör mal auf! Nee! Alter! Wie geht halt ihr dazu? Hm, ja, halt! Mann! Alter! Du nervst! Kann ich mal! Weil ich schon kann! Muss mich ausreden, weil jetzt meine Aufnahmen immer stören! Ja, das kannst du ja am besten! Hör jetzt mal um! Ja, das hör ich nicht mehr! Au! Jetzt hör auf, du bist so alt! Harald! So! Jetzt bin ich wieder zurück! So! Ah! So! 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 Dann ist die ganze Zeit! So! 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 Anfriority test on failure, I'll return to base. Oh. Fuck. Not a gate. Not a gate. Oh lol Surprise Motherfucker Jaaah Jaaah Zzzzzzzz was willst du und jetzt verpest dich also du nervt Nerv mich. Nerv mich nicht. Du nervst mich. Jetzt lass mich in Ruhe. Kiegt nur einen auf den Sack. Kiegt nur die, wo keine Brüder haben, geht einfach den aus dem Weg. Werfen wir einen Menschen. Kiegt nur die Brüder. Den Kiegt nur die Brüder. Den Kiegt nur den Kiegt. Den Kiegt nur. Ich weiß nicht, wie es das ist, wie es das ist, wie es das ist, wie es das ist, wie es das ist. Untertitelung des ZDF, 2020 So, Leute. Ich habe es geschafft. So Leute, so macht man das. Leute, so macht man das. Aber hoi, genug gefaselt. Zeit wird besser rein. So. Nicht nur jetzt. Für 2 Likes. Kommt eine Halloween Span- Kommt über Omelette Arcade. Geburtstag Stream am Dienstag. Nur die, die es über Omelette wissen. Die, die mitgucken wollen über Omelette. Müssen dann. Müssen dann. Mich über WhatsApp oder so über Instagram. Über Omelette. Naja, okay. Über Instagram und so. Äh, Fragen. Opsi oder Opsi. Na gut, egal. Los geht's. Ja, guck mal. Ja, guck mal. 30 km. 2. Und dann. 4. 1. 2. 2. 2. 3. 3. Was willst du? Lass mich nur raus. Was machst du? Das muss ich dir nicht sagen. Was spielst du? Das muss ich dir nicht sagen. Was spielst du? Ich bin doch Spier. Echt? Ja, ich bin Spier. Oh mein Gott. Aber verteidest du jetzt? Verteidiger. Scheiße, scheiße, scheiße. Wow. Ich hab auch nicht was. Was willst du? Lass mich in Ruhe. Nein. Ich muss nur mal sehen, wie du verlierst. Du findest du nicht. Du bist so schlecht, dass du hier. Ich... Nein. Hast du nicht jemanden? Ja. In Gun Game. In Gun Game. Hast du mich kaum erlebt. Ja. Warum bin ich ihn einfach nicht festgelegt? Ja. Ja. Warum bin ich ihn einfach nicht festgelegt? Komm schon. Sag doch mal rein. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich sag dir noch einmal, lass mich in Ruhe. Ja. 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 Fuck me. Lass mich in Ruhe. We can land here. Drone mode. Here we go. Das ist ein paar Worte. Oh, das ist ein Mensch. Ich habe den Kopf gescheitert. Seh um was? Seh um was? Die wollen einen kleinen Bruder haben, das ist halt nur eins, die nerven uns jetzt. Ich weiß nicht, wie es gerade ist. 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 Die Zonen ist gelapst. Die Zonen ist gelapst. Die Zonen ist gelapst. Die Zonen ist gelapst. Ich bin erholt! Wow. The revived flight will arrive in one minute. Ist so, fang wieder. Jetzt kannst du hinbauen, oder? Ja! Warte mal! Okay, komm jetzt hier. Warte mal. Okay, langsam reicht die Hunde richtig auf. Weil ich bekomme halt immer... Ey! Kannst du dir über Live After runterladen? Warum? Frag mal. Auf einmal willst du mit mir was spielen, gell? Nein, weißt du warum? Weil ich kann dich da tragen. Was für Trage? Ich kann dich frei tragen. Was für Trage? Ach, Ding. Thronhaus. Mach leise. Sie wollen, wie kannst du denn jetzt die Blumen und was kaufen? Nee, ich will keinen. Ich will auch. Nein. Dann soll ich mir Live After runterladen. Dann soll ich mir Live After runterladen. Oh fuck, hier sind die Zombies. Dann kann ich mir runterladen. Die, 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 die da sind. So, dann kriegt man die Zombies ab. Ja, mein Scheiße. Ja, meine Scheiße. Ich bin damit weg. Oh, mein Scheiße. Ich bin damit weg! Oh, ich bin damit weg. Ich bin damit weg. Aber ich bin damit weg. Ich bin damit weg. Ja, da ist noch ein Zombies. Prozent 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 Waren das jetzt etwa alle Prozent Das war mal so geil. Ja das fahren alle. Warum? Achso ja. Gut. Loll! Wie ist das? Wo ist das denn aus? Ich weiß nicht wo ich für unsere Genetik-Präger geschossen hab. Das ist ja zugehalten. Oh Gott war das gut, Alter. Du warst nicht dumm. Digger cool. Ich mach mich weiter. Was für Geld? Komm mal. Komm mal. Komm mal. Komm mal. Sonst niemand. Ja. Na ich und der. Und Nummer 2. Ich hab's noch mal heran, Alter. Ich hab's noch mal heran, Alter. Ich hab's noch mal heran, Alter. Und doch mal 3. Fuck. Ich kommst zu ihm ran. Geh wir runter, dann. Ich hab's noch mal heran. Ich hab's noch mal heran. Ich hab's noch mal heran- Ja. Der Polly wird irgendwo runter. Sie wird sagen, sie muss nicht schützen. Sie müssen nur schneitern. Sie müssen doch gar nicht wahr. Wieder! Ich bin voll leid. Ah! So, du Wacker. Ich dachte, wir haben eine Wacker umgebracht. Du Melone! Du Melone! Du Melone! Alter! Wie viel Scheiße das denn nicht ist? Ja, und? Ey, Baby! Ich muss sofort hoch. Ich weiß nicht, wie ich kann machen, oder? Wie soll mein Gas los? Wie ist das? Das ist das, was ich. Ach, der Pumpe. Ich mache die Pumpe. Oha, das ist der Pumpe. Wie ist das? Ich weiß nicht, wie ich in der Kuhne. Ich bin in der Kuhne. Ich bin in der Kuhne. Ok, ich habe mich zu verletzen. Oh mein Gott. Fuck! Komm, töte mich! Töte töte töte! Jetzt werde ich alle abbrechen! Komm, mach! 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 SHUUUH! Mein Geld! Finger weg von meinem Geld! Du weißt, wenn es sich anhört wenn du trinkst. An der Hörnung. Blierd, Schuka blierd! Juliiiiiiiiii Achso, der Typ bin jetzt auch um die Treileck Boah, jetzt komm jetzt auf die Treileck Hälft euch von oben weg! Hey, ich hab keine Kuchen auf die Hände! Ich hab ja einfach so keine Luft mehr Von meiner Waffe Hab ich nicht Scheiß Sniper! Ja! Der Revive-Flight wird in einer Minute kommen. Wie verarschen? Ja! Er hat... Alter, ich wollte gerade... ... die Hand der Fülle drüben entdecken. Und wurde einfach wieder rausgebracht. Die wollen mich doch einfach gerade regelrecht ficken. We need... Das bräuchte ich, wenn du Mechaniker bist. Erstens. Und zweitens? Du kannst die Gegner blenden. Ja, erstens. Und zweitens? Okay, ich hab mir jetzt diese Smile Aftershave. Untergeladen. Die sind die perfekte Schöne zu tun. Ja, na, 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 na. Ja! Bliat! 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 Ja! No, es ist alles schlecht. Mann! Mann, Mann! Ich kann enormen! Ich habe keinen Falle gesagt. Ich kann vor kurzem weg. Schau! Was? Das ist ein Blödo, du bist wieder auf die Nalle. Du bist? Du bist? Bui! Ohoho! Ja, ich bin nicht berühmt. Ja, hallo meine Pferde. Ja, der hat mir jetzt einen Hinterrücksknall gegeben. Wir werden verlieren. Ohoho! Backe, bittchen! Komm mal, wir werden verlieren. Ja, wir haben verloren. Ohoho! Ohoho! Alter! Ja! Genau! Genau! Ohoho! Ach, genau! Genau, machen wir das noch 5 Minuten rausgen. Na gut. Oh, ich muss scheiss havan. Ohohohoho! Die heißen doch mal live-auchter. Na klar. Du musst aber Sandcastle gehen. Was? Sandcastle musst du. Was ist die? So heißt der Server. So heißt der Server. Wo ist der Server? Geh mal live-auchter. Jo, ich geh rein. Hast du auch nicht mehr hier rein? Jo, und das war's mit diesem Video. So, hoffe ich will euch mal was weiter. Und ein Abo. Das ist der Pony. Und ein Komplimenten. Ähm. Nächsten Livestream. Auf einmal wieder. Bye-bye.